Alles okay? Du scheinst ein bisschen... Mir geht's super, alles bestens. Hey, kann ich dich was fragen? Hast du schon mal... Hast du schon mal jemanden vergewaltigt? Nein. Wer behauptet das? Niemand, nein. Nein, das ist... Hast du etwa? Nein. Nein, hab ich nicht und das ist es gerade. Ich möchte es nicht tun. Finde ich sehr gut. Das ist doch sehr gut. Ich weiß auch nicht. Das solltest du auch nicht. Nein. Kommt, ich bin nicht... Nein, das ist es gar nicht. Es geht nicht um mich, es geht um Maeve. Sie hat diese... Was? Ich weiß noch nicht mal, wie man das nennt, diese Sache, eine... Oh, so eine Fantasie. Ja, eine Fantasie, woher weißt du das? Eine Vergewaltigungsfantasie, sehr verbreitet. Oh, der Scheiß hat sie auch gesagt. Ja, ja, sowas hat ja Elle auch. Ziemlich heftig. Wirklich? Mhm. Und du hast noch nie... Nein, nichts zu machen. Hab's versucht, aber ist der falsche Ansatz. So läuft das nicht. Wieso? Denk doch mal drüber nach. Sobald ich jemanden darum bitte, ist es doch keine Vergewaltigung mehr. Oder? Das ist es nur, wenn sie es nicht wollen. Sie will es? Keine Vergewaltigung. Verstehe. Dass sie nicht bekommen können, was sie wollen, kommt daher, dass sie es wollen. Das ist ganz schön unfair. Echt ätzend, Mann. Ich muss doch irgendwas tun können, ich will sie doch nur glücklich machen. Das ist nur aus dem guten alten, stinknormalen Sex geworden. Ja. Die Leute verkomplizieren alles mit ihrem kranken Scheiß. Du hast wohl nichts in der Art, oder? Kein schrägen, fetisch. Nein. Ich meine, was heißt schon schräg? Sie haben Fonfack angerufen. Welche unserer Schlampen wollen Sie? Wie war das bitte? Hier ist Fonfack. Mit welchen Mädchen wollen Sie sprechen? Kann ich Sie kurz mal in die Warteschleife legen? Ich äh... Hallo, mit wem wollen Sie sprechen? Sorry, mein Name ist Monika. Ich rufe von Videorelay an. Ich habe... Sagen Sie mir, mit wem Sie sprechen wollen. Ich stelle Sie durch, okay? Ja, Verzeihung, warten Sie. Welche Optionen gibt es? Kommt drauf an, worauf Sie stehen. Was haben Sie denn da? Lesben, Heteros, Dominas, Blondinen, Gemischdraßig, Kehlenfick, Mollige, Transen, ältere Frauen, Zwinger, Asiatinnen, Gangbang, große Titten, kleine Titten, doppelte Penetration, dreifache Penetration, Squirting, Arsch. Kleinwüchsige, Gonzo Bukaki, Anal. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wir haben unterschiedliche Frauen für unterschiedliche Wünsche. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Sagen Sie mir, was Sie wollen.